so hallo wir machen weiter beim make up 2 das ist jetzt schon meine vierte aufnahme nicht von am tag das heißt ich habe jetzt bis freitag dann habe ich aufgenommen ok vielleicht kriegt es wirklich sind dass ich sage einen tag und nehme ich mir einfach mal den abend für die aufnahme und ja dann den rest ist hat er den rest nicht mir ist eingefallen dass wir eine super welt noch zu spielen haben ja wie finde ich die denn jetzt wie finde ich denn jetzt die super welt die ich angefangen habe ah ja gut gut zu wissen hier finde ich die da sind wir da sind wir da sind wir irgendwo stehen geblieben mal gucken wo wir stehen geblieben sind fortsetzen ja perfekt welt 4 genau 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 dann erst mal ein haus fang den ball easy 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 yo das war es komplett was ist das denn okay das war das war interessant das habe ich noch gar nicht gesehen so schauen wir mal wie lange unsere leben halten werden und wie gut ich mich hier anstelle ah ja ah ja okay verstanden und nü ach so okay okay hier einfach hoch und dann da ist mal runter jo das ist oh der ist fies oh der ist fies der kettenhund okay okay zack 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 okay soweit hä hä ich bin gerade komplett verwirrt dass der nicht da ist sollte der da gar nicht sein und der ist einfach nichts hat nicht funktioniert es sind die hunde dafür da dass da was freigeschaltet also dass dies freigelöst wird das zeug und es hat nur gerade nicht ordentlich funktioniert ja der soll weg der art er ist eigentlich gar nicht da okay ja das macht die sache ja deutlich angenehmer oha okay jetzt nicht fehlen okay jetzt haben wir es schön 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 ein leben verloren insgesamt okay okay weiter programm 4 3 das dürfte die boss stage sein da ne da kommt noch was anderes vorher ach die bonus gibt es ja da gibt es ja wieder leben jetzt okay erst mal bonus holen erst mal leben holen hier guter nach jetzt wahrscheinlich mal gucken wie wir wie hoch willkommen vielleicht versage ich aber auch sofort und bekommen kein einziges leben oha okay man kann wirklich versagen und man kann sogar sterben in der bonus stage was ich auch gleich mal tue aber dann kann man sie öfter spielen ja die bonus stage bringt mir gerade auf jeden fall gut leben ja ja na 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 jetzt haben wir schon deutlich mehr leben als vorher okay das war ein bisschen verpasst jetzt hätte ich wahrscheinlich mir noch mit eis was frei bauen können ja okay ich wäre hier noch angekommen aber hey ich meine dafür dass ich erst ein paar leben verloren habe ist das ja alles okay so wie konnte ich das denn jetzt verfehlen oh mein gott wie konnte ich das denn jetzt verfehlen joe was hat es nicht gerade funktioniert war ich zu langsam mal wieder hier ich mach den anfang nicht was meinten falsch jetzt hier okay jetzt hat es funktioniert da muss ich wirklich zackig sein so hier erst mal schön die füße wärmen oh nein den brauche ich bestimmt wieder für irgendwelchen schabernack okay das fühlt sich doch jetzt erstmal gut an mit dem ding komme ich jetzt erstmal gut zurecht ich hoffe das verlieren wir nicht so schnell ah verdammt hier muss ich es jetzt leider hergeben hilft nix aber wir haben es wir haben es wir haben es ostkampf in coming mit 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 donuts bälle reichen PR ich muss noch donuts dazu aber es ist eine coole idee coole idee für lemmy definitiv coole idee die frage die ich mich gerade stelle ist ob ich den so ein bisschen der darunter fallen kann okay er kann aber ich muss dann halt ausweichen wenn die coolere sache so zu killen wir ein bisschen stylischer also dann speed mode das hat nicht funktioniert das hätte funktioniert wenn ich jetzt nicht dumm gewesen wäre hätte das funktioniert okay ich will den jetzt so kind ich weiß es ist einfacher ist normal zu machen ich will den jetzt so kind das in die lava fällt einfach so ein bisschen tschüss hihihi sehr schön hat funktioniert das war stylisch so will ich das sehen und wieder mehr leben und wir sind bei 73 leben und gehen in welt 5 von 7 ok schauen wir was uns in welt 5 erwartet oh eis eis welt uf uf kein fan von eiskram hoffentlich wird es angenehm er spielt auf jeden fall mit der eisphysik auch ok ok soweit soweit ganz cool soweit ganz cool durch die indikatoren weiß man ja auch was man tun soll das ist schon recht nett den nehme ich wahrscheinlich mit irgendwo hin dahin ok cool ja 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 doch schöne schöne erste stage schöne erste stage mein bein schläft ein hilfe aber schöne erste stage so war keine ahnung was mit mir los ist alles gut er ist das aus dann ist nicht das aus und dann freuen wir uns hier eine runde ui 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 wie ist weiter ok den muss ich wieder irgendwo hinwerfen gleich jo ich habe nicht ich habe nicht gerafft was da los ist jetzt weiß ich mein bein schläft immer noch gleich ein das macht das spielen gerade etwas uhl angehofft unangenehm geht das sind auch die rocker die come ich muss mich mal gerade an das setzen ja 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 aber wenn ich nach dem hat aufhörte habe ich bis freitag aufgenommen dann ist bis freitags und dann parts da das ist eigentlich ganz gut und ich muss nach dem fall selbst wenn ich noch zeit hätte aber ich merke gerade sitzen so lange ist auch wieder nicht nein ich dich nein kommt er wieder hat er kommt wieder sehr gut er kommt wieder ja dann ist ja alles alles chillig was noch was noch mal danke jetzt brauche ich den wieder ok ok danke sehr schön was ist da oben für eine höhere war die deko oder kann man da eine abkürzung irgendwie nehmen man weiß es nicht aua so bonus stage mal gucken wieviel leben wir diesmal ausgehen auf jeden fall mit mehr als wir rein sind und diesmal nehmen wir auch das sprungbrett mit und können dann den zusätzlichen bonus uns hier unten können das will ich sehen 86 bis ganz knapp an der 88 88 leben kriegen wir auf jeden fall noch hin aber vor allem ich könnte jetzt ja mit dem haus was kommt auch noch könnte ich ja auch noch ok das ist wieder dieses hier ist 87 ein leben noch dann haben wir meine 88 aber ich schätze jetzt verlieren wir erst wieder ein paar leben jetzt verlieren wir erst wieder ein paar leben außer ich mache das jetzt in einem zug durch hätte ich auch nichts dagegen kann ich mir aber nicht vorstellen aber ich habe es okay ja verkehr darum interpretiert schade im wo soll und Wow! so muss ich das nämlich machen und wie gesagt habe ich vorher nicht gerafft und dann war es natürlich zu spät das ist immer so knapp aber damit sie will dabei was kamen bossy bossy boss kam ich könnte hier wieder wo kann ich überhaupt weiß ich ja fall runter nein schade ich fall runter okay aber das ist voll gut wenn wir rausfinden wo der rauskommt lasse ich den einfach in seinen verderben fallen er kommt hier raus er kann er nicht oben wieder rauskommen wie sein anderer kollege auf wir vorher warum warum vorne ist er doch auch oben raus gekommen ach man na gut dann machen wir ihn noch mal schade voll ist er oben raus gekommen ihr habt es alle gesehen hat mir das nicht eingebildet kann ich jetzt irgendwie triggern wo der rauskommt jetzt kommt er da nicht mehr raus ach schade das hat gut funktioniert ja jetzt tschüss jawohl hat es hat ja doch noch funktioniert 87 wir sind wieder ganz knapp an 88 dran ich habe alle leben aufgeholt ich verloren habe 24 münzen bis zu 88 wenn ich dazwischen nicht sterbe haben wir die 88 erreicht juhu life goals ob der 88 leben erreichen so welt 5 ist damit auch geklärt damit sind wir auf dem eis schon wieder raus was könnte jetzt kommen wir hatten wüste wir hatten eis wir hatten luft luft hat man scheinbar noch nicht das werden luft schon scheinbar hat man luft nicht weil da ist luft so das ist definitiv luft hier zwei münzen noch wenn we do it before we die we can do it yes das war ein ganz kurzes vergnügen mit den 88 leben so kürzer hätte das vergnügen echt nicht sein können wow ich hatte so lange was vor den 88 leben das ist unfassbar ist jetzt wieder 86 aber wir waren auch mein gott war also das ist wieder typisch echt wow so wir nähern uns wieder den 88 leben noch ein paar coins oh gott oh gott oh gott ok ok Jajajajajujo. Hier schnell durch. Oh Gott, das ist fies. Das ist fies. Das ist fies. Das ist fies. Okay. So fies war es gar nicht. Das ist aber fies. Uff. Okay. Okay. 41 Münzen bis zu den 88 lebt. das sieht nicht in der stage aus die ich unbeschadet überstehen werde ach so jetzt muss ich auf das ding mit drauf und dann ach so dann schnell weiter ich dachte der macht zu den schwung aber der hatte keinen bock auf schwung also den schwung muss ich reinbringen dann passt die geschichte auch okay weil wir bitte okay das ist das ist durchhalten habe ich nicht gedacht so jetzt aber hier auf 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 und jetzt hat es den mancher runter und damit löst das aus natürlich wieder direkt vor der stage man kennt es ach so hast du nicht gerafft was hier los ist dann schon jux wir kommen gut voran jetzt kommen wir wieder jetzt kommt wieder die bonus welt und das bonus haus war es das bonus haus aha okay man kann hören was für ein ball kommt ja moin ich bin so schlecht ich bin so schlecht in dieser mario der daraus kommt der sieht aus hast so aber jetzt die bonus welt hier wieder jetzt kriegen wir die 88 leben auf jeden fall zusammen außer ich fehle komplett okay so die würde ich jetzt auch gerne behalten ja jetzt habe ich gleich 89 wenn ich so weitermache aber es ist okay oh durch die koopas kriege ich jetzt ein leben mehrere dang 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 ja gut und hier kämpft jetzt noch mehr leben wenn man den koopa mitgenommen hätte ok 91 leben ich glaube nicht dass wir die alle brauchen werden aber wer weiß vielleicht überraschte mich in welt 7 mit ganz viel crazy shit jetzt erstmal welt 6 3 das finale level von 6 welt 6 ich habe irgendwas falsch gemacht irgendwas komplett falsch gemacht äh wait ach so ach so ja so ergibt so ergibt das schon mehr sinn äh okay hier einfach die pflanzen weg zu machen knapp daneben ist leider auch vorbei herzlich willkommen bei konnen bringt coole sprüche nicht so und das sieht so cool aus ich weiß nicht wie viel ich feiere das so jetzt aber das hätte was ist denn mit mir warum treffe ich das denn nicht so zack so zack jetzt okay erst mal wieder hier füße aufwärmen und hopp äh 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 ah ja ich habe die nicht mit das eher cool damit habe ich nicht gerechnet so da sind meine 88 leben schon wieder und da sind es wieder 89 hui 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 also da kommt eine rote shell irgendwo her so also da kommt eine rote shell irgendwo her ok jetzt habe ich sie erwischt ok hui okay und da ist die stage zu Ende also nee nicht die stage aber da kommt der bosskampf sehr gut hatten die alle donuts ich bin ich meine irgendwie wenn ich mir das so an gucke Das wirkt so, als ob die alle Donuts hätten und ich das einfach nur nicht mehr wusste. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hatten die alle Donuts. Und ich bin jetzt erst mal Iggy draufgekommen. Ich weiß es nicht mehr. So, komm her. Ah, schade. Es ist so viel stylischer, die mit den Donuts kaputt zu machen. Kann mir nicht helfen. Oh nein, jetzt sind wir die 88 Leben mit abgegangen. So was aber auch. Na komm, mach mal noch mal. Ey, das hätte fast geklappt, ne? Schade. Hätte zwei runterziehen müssen. Dude, lass das. Ach, jetzt gibt es ja eh wieder vier Leben. So. Brauchen hier alle Leben. Okay. Welt 7. Zieh mal noch durch. Zieh mal noch durch. Dafür machen wir keine extra Part. Finale. Das ist jetzt natürlich die Lava-Welt. Das ist klar. Oder Höhle oder irgendwie sowas. Ja. Schloss-Welt halt. Lava. Wie auch immer. Okay. Drei Level. Let's go. Kein Haus dazwischen übrigens diesmal. Aber es sieht cool aus, die Welt. Muss man sagen. Die sieht echt cool aus. Ist das jetzt nur Schloss-Level eigentlich? Oder was ist das jetzt? Ja. Okay. 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 Wo brauche ich den jetzt? Ach du Scheiße. Muss ich den da runter pfeffern oder was? Ja. Ja. Okay. Also ich muss ich loslassen? Oh je. Okay. Das wird ja interessant. Das muss ich jetzt erstmal umgesetzt bekommen. Ja, genau deswegen nämlich. Weil durch das Loslassen verliere ich Speed. Den ich in der Luft eigentlich bräuchte. Das habe ich schon befürchtet. Weiß nicht, was das jetzt für eine Aktion war? Auf jeden Fall keine gute. Ach so. Das ist ja so freundlich gebaut, dass ich ja hier einfach stehen bleiben kann. Ich muss mich da ja gar nicht hetzen. Verstehe ich dann die Sterne? Warte. Fällt er automatisch darunter, wenn ich den hier loslasse? Ach so. Das ändert ja alles. Das ändert ja alles. Ja, Lul. Okay. Uh, das war knapp. Ich habe gerade so realisiert, was ich tun soll. Und da hat es nicht gereicht fürs Realisieren. Okay, aber cool. Erst ist der erste Teil geschafft. Oh, der landet da drin in der Ecke. Okay. Okay, verstanden. Der schiebt sich so ein bisschen noch raus. Jut. Dann werden wir das entsprechend umsetzen. Das hat mich hingehauen. Okay. Ah, wieder das gleiche. Ich muss den da runterwerfen. Okay, cool. Krieger war es einfach. Zwei Leben noch zusätzlich zurück. Okay, okay. Und wir landen genau auf 88 wieder. Als hätten wir es geplant. Als hätten wir es geplant. Ja gut. Ja gut. Zwei Level noch. Ja gut. Vorausgesetzt, das dritte ist nun wieder ein Bonus. Ansonsten sind es noch drei richtige Level. Yes. 88. Okay. Äh. So. So und so. Verstanden. Okay. Ich dachte schon. Äh. Okay. Das habe ich nicht kommend sehen. Das ist ein cooler Anfang. Mag ich. So. Ah ja. Und zack. Und zack. Äh. Okay. Also ich müsste jetzt. So richtig. So. Und dann ist hier meine Checkpoint-Flagge schon. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ups. Da war ich ein bisschen abgelenkt. Oder eher unkonzentriert. Äh. 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 Cool. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Bonus oder noch eine richtige Stage? Bonus oder noch ein Stage? Das ist hier Le Question. Und die Antwort lautet. Kein Bonus. Ah, das war, das war, das war Bullshit. Verstanden. Fair ist dann den... Äh. Äh. Das hätte ich wohl mitnehmen sollen. Schade. Und dann springe ich da drüber. Upsi. Ach, Mensch. Jetzt putzeln die Leben erst mal wieder. Äh. 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 So habe ich das nicht gemeint. Yo. Der gleiche. Die gleiche Stelle. Was zur Hölle. Nee. Oh, das wird zum Sprung und ist doof. Oha, jetzt habe ich es bis darüber gepfeffert. Okay. Ui. Äh. Warte. Okay. Alles klar. Yes. Wait. Keine Checkpoint-Flaggen? Oh, es gibt... Ah, ich verstehe. Der letzte Cooper Boss und dann natürlich Bowser selbst. Das Haar. Was? Was ist das denn für eine Stage? Das ist ja verrückt. Oh, wir daten. Das wollte ich vielleicht nicht springen, wenn ich schon ganz oben an der Decke hänge. Huch. Aber das ist jetzt natürlich ein interessantes Stage hier. Oha. Der wird mich jetzt erstmal ein paar Leben kosten. Jetzt muss ich noch bis zur Tür kommen. Ich muss noch bis zur Tür kommen. Es ist noch nicht geschafft. Okay, jetzt ist es geschafft. Huch. Kostet mich doch nicht so viele Leben. Cool. Das war Welt 7. Also eigentlich nicht. Ne? Aber... Jetzt kommt noch das finale Level. Uff. Fühlt ihr das Finale? Ich fühle das Finale. Bäm, da ist das Finale. 4, 4, äh, 7, 4. Was ist denn falsch bei mir? Mensch. 7, 4 natürlich. Nicht 4, 4. Oh, das habe ich... Äh, das habe ich... Das habe ich... Völlig falsch gemacht. So rum. Gehört das? Ah, schneller. Uh. Uh, okay. 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 Äh, äh, äh... Niii... So, jetzt kommt die Stelle wieder. also, zack, 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 zack... Ach so, von dem Ding abspringen und nach drüben weiter. Aber jetzt putzeln die Leben noch mal so ein bisschen zumindest. Ein bisschen. So, also hier unten drauf und einfach rüber. Das war das, was gefehlt hat. Okay, cool. Nee, das war jetzt nicht so cool. Ja, das ist jetzt leider nicht, was ich wollte. Das ist auch nicht, was ich wollte. Fallen wir unter 80 Leben, wetten werden noch angenommen. Ah, an diesen Ecken zu sterben ist auch immer so eine Geschichte. Ja, was, wie? Was war das denn für ein beschissener Wurf? Oh Mist, wir fallen unter 80. Was, hä? Hä? Was? Hä? Wie kann man denn so schlecht werfen? Ähm. Okay, das war neu. Ich habe das in vorn gemacht, damit ich noch nicht gegen den Zwump geraust. Gera... 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 Ach, egal. Gar nicht richtig reden. Oh Mensch... So. Äh... Okay. Ah, das war der Fähne. Wieso passt denn jetzt nix mehr? Ja... Das war's. Ich kann nichts mehr tun. Hä? Was? Äh... 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 Die Stelle mit dem roten Cooper ist so merkwürdig. Ich sterbe an Stellen, wo ich gar nicht damit rechne, dass ich sterbe. Äh... Komm schon. Äh... Ja! Okay. Soo... Ich gå aus... Aus... Fest... Ehe队... Man... Isn't einer aller ich kündige was ist es denn meine ich habe jetzt gerafft was ich machen muss dass der swamp passt und der springboard dass es passt aber wtf wtf wird auch kein stundenpartizier weil wir sehr nah dran sind an der stunde zehn minuten könnte ich ja schon noch drin sitzen das wäre nicht ausgeschlossen bitte geht doch so nein ich hasse alles vor allem da ist die röhrige schluss hier ist einfach schluss das ist das ende hier ist einfach schluss dann kommt noch bau sein oh mein gott ist das mein ernst oh mein gott ich muss mal kurz hier nicht kratzen so viel zeit muss sein so 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 gibt es das denn das gibt es doch so jetzt mal so gut das würde wahrscheinlich auch noch funktionieren ach man ich weiß nicht was ich hier tue so komm schon es ist doch nicht möglich dass jetzt wirklich das letzte level mich so nochmal hier äh failen lässt wir haben ja schon alles gesehen wir müssen nur noch den letzten sprung schaffen so so jetzt muss ich das ding nur noch richtig hinlegen und dann verrichte ich noch an einer von den beiden sägen das wäre es ja noch was ist What? Das war ja gerade wieder interessant. Können wir jetzt hier bitte um Himmels Willen vernünftig durchkommen? So. Okay, wie lege ich das Ding jetzt ab in der Luft, ohne dass es mir ins Gesicht springt? Okay. Okay, wir sind nicht an den Sägen gestorben. Und hier ist mein Checkpoint. Und die finale Boss-Tür. Mein Gott, ey. Was ist das denn? Soll ich? Geht das? Oh Gott, das geht. Das ist ja crazy. Oh Gott, was ist das denn? Oh nee. Oh, das wird unangenehm. Okay. Nein, das ist kaputt gegangen vorhin. Nein, der ist auch kaputt gegangen vorher. Nein. Oh mein Gott. Oh nee. Wie viele Hits sind das denn? Fünf? Oh, das ist eine der bescheuertsten Boss-Ideen, die ich gesehen habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Denn es reicht ja nicht, das zu schaffen mit dem Springboard. Nee. Du musst es auch noch so timen, dass die Kugel ihn erwischt. Oh, ist das sick. Okay. Okay, die erste passt, wenn man sie direkt... Oh, passt es vielleicht immer genau gerade so? Oh. Oh, es passt immer gerade. Okay. 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 Wenn ich das einfach im Rhythmus mache, passt das. Okay, das macht es einfacher. ... Yes. Oh nein, wo muss ich denn Sprung? Oh nein. Oh nein, ich muss den Schwung noch einmal schaffen. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus raus. Oh Gott, ich dachte, ich versau's. Ich hab mich so gesehen, wie ich es versaue. Ich hab mich so gesehen, wie ich es versaue. Boos Bo. Nice, super Welt. Sehr, sehr cool. Boah. Schwitz. Ja, das war cool. Das war cool. Puh. Yay. Eine Welt mehr, die wir abgeschlossen haben. Puh, okay. Das war cool. Aber es ist auch mal beendet. Dann bedanke ich mich jetzt fürs... Cape Mario Shirt. Für drei Super-Welt. Wait, wie sieht das aus? Wer ist jetzt endlich mal eine Kleidung, die das hier toppt? Wahrscheinlich nicht, aber wir können mal gucken. Wo ist das Cape Mario Shirt? Achso, das sind Anzüge. Shirt, 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 shirt. Hä? Hä? Warum heißt es Cape Mario Shirt? Was steht... Achso, deswegen. Toll. Weil man den Rücken ja auch so oft sieht. Das habe ich gar nicht gerafft. Jo, das müsste andersrum sein. Die Figur müsste vorne sein. Und der Schriftzug hinten. Keiner sieht die Figur von hinten. Komplett useless. Ja, ne? So, man muss das... Also... Also Nintendo, bitte. Okay, danke fürs Zuschauen. Und... Tschüss.